Vielleicht ganz da drüben noch. Erstmal gehe ich kurz zum Laden, der ist hier gerade in der Nähe. Ich muss mir nur merken, was ich machen wollte und dann passt das schon. Ja, Fasshündchen, Fass! Gut, ich habe übrigens auch mal gegoogelt. Mit den Federn kann man sich tatsächlich ein Outfit machen. Das heißt, die Federn werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit auch alle suchen. Und man kann sich so einen neuen Karren machen, irgendwie. Genau, Verbrauchsgegenstände, Spezialgegenstände, Landkonvoi, Kapazitätsupgrade. Bauen wir uns mal einen Landkonvoi. Ach nee, Moment, verdammt. Erfindung, elektrostatischer Generator. Franklinofen. Washingtons Schlachtschwert, Replikad. Seemannsball, Steinschlosspistole der Royal Navy. Verbrochene Schwertmesser. Nee, erstmal wird jetzt hier ein Landkonvoi gemacht. Plan auswählen, herstellen. So, kann ich hier auch anzahlen? Nee. Inventar voll, okay. Dann, handeln. Risiko 10%, damit können wir leben. Gewinn 6, oh, klasse. So, egal, los geht's. Hab ja ansonsten gar nichts. Ich hab ja nichts gekauft oder so. Ach was, toll. Ressource auswählen. Ah, okay. Da haben wir's. Holzkohle, Sand, Eichenrinde. Ja, Eichenrinde. Hier, komm. Verschick mal ein schönes Fass. 105 Gewinn, das ist doch was. So, dann wollen wir mal sehen, wie das läuft. Ja, Google ist mein Freund. Oh, gibt's schon wieder ein neues? Normales Schwert, französischer Rapier. Entermesser. Das hatte ich doch alles schon. Warum wird mir das denn nochmal angezeigt? Kleine Waffen, da wollte ich hier doch den Eisendolch eventuell. Okay, schwere Waffen. Verbrauchsmaterial brauch ich gar nicht. Monturen hab ich hier, glaub ich, alle, ne? Karten wollte ich nochmal. Zentralbosten. Trun. Achso, hab ich schon gekauft. Nordbosten-Federn. Da ich die Federn haben will. Klar doch. Südbosten-Trun. Hab ich schon. Grenzland-Trun. Die Trun hol ich mir auch noch. New York. Ja, wenn ich nach New York gehe, mach ich das auch. Eimer nach Seiten. Damit krieg ich neue Upgrades. Johnstown, Black Creek, Monmouth, Lexington, New York. Reicht erst mal. Hol ich mir bei Gelegenheit den Rest. Erstmal hab ich jetzt hier wieder die Karten. mir geholt. Und jawohl, da ist tatsächlich noch was übrig. Und die Eimer nach Seiten. Geil. So, da hinten ist eine Schatztruhe, sehe ich gerade. Dann lauf ich da doch mal hin. Dann ist da eventuell auch das vor, wenn es hier eines gibt. Im hohen Norden. Dann werde ich die auch kurzhand dezimieren. Nicht? Juhu. So ein Spaß. Reiten wir eine Runde. Geht schneller, wenn ich hier rauskomme. Jawohl. Gut, gut. Oh, was ist denn da links? Warum ist das denn da alles rot? Warum ist das Schwergebiet? Das gucke ich mir mal kurz aus der Nähe an. Unverfrorenheit. So, schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an. Ne, da klar, dass du jetzt hochfindest. Geht nicht. Ach so. Ne, Schuss abbrechen. Das sind die Patrioten hier. Die knalle ich nicht ab. Zumindest nicht grundlos. Ne? So, da hinten auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Auch ein gutes Versteck. Oh, wieder ein Franzose. Jetzt wäre natürlich so ein Giftpfeil geil. Den einfach da vergiften. Oh, geil. Double Kill. Auch nicht schlecht. Oh, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Danke. Wie nett von denen immer, ne? Verpiss dich. Allein mal dieser ganz kurze Piekser in den Hals mit dem Schwert, ey. Zack, nächster. Zack, zack, zack. Oh. Nicht mit mir. Lässt du auch schön bleiben und... Bam. Uh. Gut, wegstecken. Nein. Plündern. Jawohl. Die beiden plündern ich eben kurz leer. Oh, Rauchbomben. Kann ich eigentlich auch mal verwenden. Ich glaube, ich habe da zwei oder drei Stück von. Aber verwendet habe ich die noch nicht. So, hier muss ich hin, ne? Ja. Und zack. Na? Was jetzt? Wissen die selber, glaube ich nicht. Schloss knacken. Okay, dann ist da wohl etwas mehr drin. Ah, ist das mein Pferd? Geil, ist bis hierhin gekommen. So, dann knicken wir mal das Schloss. Vielleicht klappt es ja diesmal beim ersten Mal. Ja, gut. Damit wäre die Sache schon mal erledigt. Ah, komm, zählt das hier als erster... Nein, das nächste zählt jetzt als erster Versuch. Ja, ganz vorsichtig. Jawohl. Ah. Ah, beim ersten Versuch hier. Marine Enter Fußpistole. Uh, da war mal wieder eine Waffe drin. Alles klar. Ich habe alle Tun, wenn ich das richtig sehe. Und ich sehe es richtig. Das heißt, ich würde mal sagen, es wird Zeit für ein paar Einmalnachseiten, ne? Ich glaube, zum Hafen ist kürzer. Weil beim Vorkommt ja irgendwie immer die Zwischensequenz da. Ne? So. Da oben hängt die irgendwo rum. Ach, scheiße. Ordentlich kriege ich die auch beim ersten Mal. Ich habe jetzt keinen Bock, drei, vier Mal die da zu verfolgen. Da sehe ich sie auch schon. So, ich gucke mir das gerade mal an. Allerdings nehme ich einen anderen Weg da hin. So, dass ich gleich auf einer Höhe mit der Seite bin. Jawohl. Sehr schön. Die hätten wir. Dann kann ich natürlich keine Schnellreise hinmachen. Mache ich da mal eine Schnellreise. Dass ich mir die anderen beiden auch noch einverleibe. Und ich würde sagen, dann gucke ich mich nochmal kurz in unserer Siedlung um. Ob es da noch irgendwas... What the fuck? Warum ist da schon wieder eine? Am Arsch. Da bin ich doch gerade weg. Ach, komm. Ach, nur 200 Meter. Scheiße. Was sind 200 Meter zu viel? Ach, ich wollte ihn eigentlich da mit dem Fass eben anrempeln. Dass er es fallen lässt und es kaputt geht und er sich aufregt. Ein Kätzchen. Ja, du mich auch. So, sind wir denn bald mal da? Okay. What the fuck? Wird nicht mal auf der Karte angezeigt. Südbosten Gegenstände. Soll ich... Ach, komm, mach ich einfach mal. Okay, was auch immer die Mission jetzt bringt. Irgendwie. Ich habe sie auf jeden Fall angenommen. Zack. Alter Schwede. Gleich mit nach unten genommen. Na, leider sind sie zum Mainstream. Brauche ich nicht. Ich kann die eigentlich mal wieder auf Mission schicken. Fällt mir gerade ein, damit die auch mal ein höheres Level erreichen hier, ne? Oder wie war das? Aufträger? Aufträge? Jawohl, da. Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Pennsylvania, Georgia, New York. Machen wir doch mal was in New York. Trubel auf Long Island. Eine Waffenklinge? Fünf Prozent, das ist ja auch so, ja. Klasse. Das ist auch eine Drei-Sterne-Mission. Egal. Muss ich mir mal bei Gelegenheit genauer ansehen. Aber nicht jetzt. So, da gehe ich wieder von hinten ran. So, vielleicht habe ich ja Glück und die kommt mir sogar entgegen. Waschbärenpelz, okay. Warum ist der Ton gerade weg? So, ich musste nochmal gerade kurz neu starten. Oder habe gerade nochmal kurz neu gestartet. Jetzt komme ich da nicht rüber, ey. Oder was? Das sieht unkomfortabel aus. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mal rüber, oder was? Kann ich hier nicht durch den Baum? Jawohl. Jawohl, ja. So muss das laufen. Genau so. So, nächste Einmal nachseite. Ist auf der Brücke da? Jawohl. Plan für eine neue Erfindung freigeschaltet. Gut. 160 Meter, dann sind wir da. Dann kann ich, glaube ich, nochmal wieder zurückgehen. Weil da ja irgendwie noch eine Almanachsseite ist. Obwohl ich da schon eine hatte. Ne? Oh, der Hund muss im Regen. Draußen sein. Riecht bestimmt nachher gut. Juhu! Das war doch super. Seit wann habe ich eigentlich wieder Connors Outfit? Fällt mir gerade mal so auf. Ich hatte doch eigentlich zu Ezios Montur gewechselt. Vielleicht, weil ich eingekauft habe. Nehmen wir die Eingeweide raus, Mann. Ne, machst du irgendwie nicht. Und tschüss. Ach, kommt schon. Oh, yeah. Oh, yeah. Dann markiere ich mir die Seite einfach. Und dann...